Ich möchte eine gebrochenrationale Form von dieser Form in die andere überführen. Großer Bruchstrich, Zähler, Zähler, Nenner, fertig. Das Schöne an dieser Form ist, ich sehe die Asymptoten. Die schräge Asymptote ist 2x-3. Die senkrechte Asymptote ist hier x gleich 1. Wunderbar, aber manchmal möchte ich das aus irgendwelchen Gründen überführen. Dazu brauche ich so ein bisschen Bruchrechnen, wenn ich sowas habe. 3 plus 7 Viertel. Wie mache ich das? Ich muss den Dreier ergänzen. Mal 4 durch 4 Hauptnenner finden. Plus 7 durch 4. Und dann habe ich hier 3 mal 4 plus 7 durch 4. Ich habe das dann auf einen Bruch gebracht, indem ich eben hier das erste zum Bruch gemacht habe und ergänzt habe. Und das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber genauso geht es hier auch. y ist gleich langer Bruchstrich, 2x-3. Ich ergänze mit x-1. x-1, also ich erweitere. Plus 1 durch x-1. Hier, das ist das. Da war die Erweiterung. Und jetzt kann ich das auf einen Bruchstrich schreiben. Ich habe dann im Nenner, habe ich x-1. Im Zähler habe ich 2x², minus 2x, minus 3x, plus 3. Und dann kommt hier die plus 1. Das ist diese 1, genau. So, das kann ich noch einmal ein bisschen schöner machen. Und das Ergebnis wäre dann x-1. So, 2x², minus 5x, plus 4. Gut. Also, ob ich jetzt die Funktion jetzt in dieser Form oder in dieser Form schreibe, ist das Gleiche. Ich möchte jetzt noch was über die Nullstellen sagen. Also, wenn ich jetzt hier die Nullstellen möchte, dann setze ich das Gleiche Null. Und ich muss also den Zähler Gleiche Null setzen und eine Mitternachtsformel machen. Das da oben bereitet üblicherweise Schwierigkeiten, wenn ich das Null setzen möchte. So, ich versuche das zu merken. Also, 2x, minus 3, plus 1, durch x, minus 1, gleich 0. Wichtig ist, x im Nenner nervt. x im Nenner muss weg. Und es geht aber nur weg, wenn ich mit diesem ganzen Block hier durchmultipliziere mit x, minus 1. Dann wird alles mit x, minus 1 durchmultipliziert. Also, hier habe ich x, minus 1. Hier habe ich x, minus 1. Hier habe ich x, minus 1. Ich mache es so ausführlich, weil das immer wieder schwierig ist. So, der erste, das ist also x, minus 1, mal 2x, minus 3. So, plus. An der Stelle kürzt sich das weg und es bleibt ein plus 1. Null mal irgendwas gibt null. Gut, und jetzt habe ich, was ich will. Ich habe hier kein x mehr im Nenner. Und jetzt kann ich das hier wieder so ausmultiplizieren und mache die Mitternachtsformel. und sollte die gleichen Nullstellen bekommen, die ich auch da oben bekomme. Ah, meines Wissens, falls es einer macht, es gibt keine. Stimmt. Das ist eigentlich ein blödes Beispiel für das Ding. Es gibt diese Funktion. Da kommt dann ein Error raus. Also, die Funktion hat keine Nullstelle. Hätte ich aber welche, würde ich sie finden. Gut, und, aber im Wesentlichen ging es mir um die Überführung von diesen zwei. Wir sehen uns schon wieder. Das ist einfach. Also, ich ole hier. Vielen Dank.